Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Habt ihr ja gesehen im Titel, es geht darum, wie man mit Hydran den guten Titan für Nexus-Blatt macht. Für alle, die keinen Hydran haben, ich habe auch ein Video gesehen, wie man es mit Krimanzu Solo spielen kann. War auch richtig, richtig einfacher. Das heißt, den könnte sich prinzipiell nicht jeder holen. Und es wird noch mal ein Video geben, auch für 1,2 weitere Pokémon. Also keine Sorge, es wird für jeden was dabei sein, wenn ihr Probleme habt, den Titan für Nexus Solo zu spielen. Hydran ist natürlich eine richtig krasse Maschine. War auch mein erster Try, den ich auch im Livestream auf Twitch nachts direkt gemacht hatte. Also First Try hat auch gelegen. Wir haben Muschelglocke ausgerüstet, weil für Nexus klaut kein Item. Das ist schon mal Punkt 1. Ihr müsst euch keine Sorgen machen und ihr seht, den Schaden, den wir kassieren, ist halt wirklich wow. Also Zauberschein macht schon mal nix. Das heißt, ihr könnt hingehen. Ich würde halt hier am Anfang Metall-Sound spielen, weil das Problem ist, sobald das Schild ja draußen ist, könnt ihr kein Metall-Sound mehr spielen. Weil Säurespeyer, was Krimanzu zum Beispiel kann oder Acheos kann oder etc., das kann man ja auch einsetzen, immer auch wenn das Schild da ist. Aber Metall-Sound geht ja nur, solange noch kein Schild da ist oder nach dem Schild. Das heißt, ich würde am Anfang auf jeden Fall versuchen, dreimal Metall-Sound zu spielen. Wenn es geht, muss man dazu sagen. Kann auch sein, dass Phinexus im Endeffekt vorher das Schild aktiviert und dann habt ihr halt ein Problem. Aber ihr seht, hier ging es dreimal durch. Kein Problem. Verteidigung von Phinexus sinkt. Also er macht Psychokinese und ihr seht, wir bekommen kaum Damage. Gott, ich glaube, man könnte sogar fast hingehen und könnte sagen, man spielt mit Experten gut fast. Aber ich würde Muschelglocke, bleibt bei Muschelglocke. Ist auf jeden Fall angenehmer. So, ihr seht Schilds jetzt draußen. Ist auch nicht so schlimm. Jetzt müsste er hier auf minus 6 sein. Das heißt, wir müssten trotzdem ganz guten Schaden machen. Ja, ist okay. Dafür, dass er das Schild draußen hat, machen wir okay einen Schaden. Ihr seht Heilung. Klar, kommt jetzt nicht viel rein, weil wir ja kommen, also wir machen ja nicht so viel Damage. Aber das heißt, wir spielen im Endeffekt jetzt so lange weiter Psychokinese, ja, Psychokinese, äh, hier Lichtkanone, äh, bis wir Terra kristallisieren. Heißt jetzt mal schön dreimal einsetzen. So, zack. Ihr seht, unsere Teammates machen halt auch recht guten Damage, weil natürlich auch die Spezialverteidigung, Nerf, den wir gemacht haben, auch zum letzten Demfall hier gerade auch äh, Fedinara und auch Wambits zum Beispiel pusht, weil die greifen ja auch speziell an. Also auch eure NPC-Kollegen so gesehen, äh, profitieren von eurer Lichtkanone. Und wenn ihr im Team spielt mit Grimansu zum Beispiel, tut ihr auch Säurespeier, auch zum Beispiel Hydran pushen und also, das sind ja alles Symbiosen, die funktionieren. So. Aber ihr seht, ohne dass wir Terra kristallisieren, sind wir schon mal recht weit gekommen. So. Heißt, also wir tun erstmal jetzt hier schön hingehen, hauen weiter da schön Lichtkanone drauf. Er müsste jetzt irgendwann seine Werte resetten. Das müsste jetzt wahrscheinlich in der nächsten Runde passieren. Ich glaube in der Runde danach oder müsste jetzt gleich passieren auf jeden Fall. Ähm. Gucken wir mal, ob wir noch einmal Terra kristallisiert angreifen dürfen, wenn wir Glück haben. Aber sieh, guck mal, wir bekommen kaum Schaden. Also wirklich gar keinen. So. Es hat auf jeden Fall seine Werte resettet. Das heißt, wir machen jetzt normalen Schaden. Aber ab dieser Runde sind wir ja auch Terra kristallisiert. Und können jetzt, wie gesagt, mehr Damage machen. Sobald das Schild weg ist, könnt ihr wieder Metallzauend machen. Und ich würde euch empfehlen, auch vielleicht ein-, zweimal Metallzauend einzusetzen. Einfach, um im Endeffekt da wieder mehr Damage zu machen. Weil sonst macht ihr halt nicht so extrem viel Schaden. So. Zauberschein kommt rein und wir sehen, Damage ist jetzt hier gefühlt, ja, ist nicht existent, Leute. Das ist ohne Mist. So. Also. Schön Lichtkanone reinhauen und ihr seht, Damage ist halt jetzt nicht so extrem krass, weil wir halt keinen Push haben. Wir greifen jetzt mit einer ganz normalen Attacke an. So. Heißen wir mal jetzt hier schön weiter. Lichtkanone. Es ist halt mit Hydran, muss man sagen, ähm, kein starker Angreifer. Also Hydran ist jetzt halt dadurch, dass er halt so gesehen kein Eigen-Push hat und es fehlt hier sowas wie Renkeschmid zum Beispiel, ähm, sind wir nicht der beste Angreifer. Aber durch unsere sehr hohe Defense, sag ich jetzt mal, die wir haben und dass wir halt keine Feuerattacken abbekommen, haben wir im Endeffekt den Vorteil, dass wir halt recht gut aushalten. Das heißt, wir können hier sehr entspannt eigentlich runterspielen. Klar, durch, ähm, Zauberschein macht jetzt für Nexus ein bisschen mehr Damage. Ja, muss man sagen. Ist okay. Aber auch hier, ihr seht, Schaden ist vollkommen und wenn ihr Glück habt, wenn ihr Glück habt, habt ihr ja auch eine Runde dabei, wo ihr ja im Endeffekt dem Gegner, also für Nexus, äh, auch die Verteidigung senkt, weil Lichtkanone hat ja auch eine 10% Chance, ähm, im Endeffekt dem Gegner Schaden zu zügen. So, jetzt haben wir ein klein minimalistisches Problem. Fünf Runden lang wirkt jetzt im Endeffekt unser Item nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt fünf Runden lang keine Muschelglocke. Ganz wichtig. Das heißt, ihr müsst die nächsten fünf Runden überleben. Eventuell müsst ihr vielleicht mal eine Spieleheilung zünden, weil sonst könnte es vielleicht ein bisschen nervig sein. Ähm, aber das müsst ihr abschätzen, wie viel Leben ihr halt habt. Weil wie gesagt, fünf Runden lang geht jetzt so gesehen nichts. Das Gute ist, wenn das Schild kaputt geht, haben wir im Endeffekt eh eine Bonusrunde, weil wenn das Schild kaputt ist, greift in der Runde dann für Nexus nicht an. Ich glaube jetzt schon, weil das ja noch während der Runde passiert, ja. Aber die Runde drauf dürfte sich glaube ich nicht angreifen. So. Ihr seht aber trotz dessen, obwohl wir halt keine Muschelglocke haben, ist der Schaden okay. Jetzt könnte ich überlegen, ob ihr sagt, ihr macht jetzt den Metallsound hin und hofft, dass es halt drift und nicht so wie jetzt. Und ihr seht, wir hätten jetzt so gesehen eine Bonusrunde gehabt. Für Nexus hat diese Runde nicht angegriffen. Was natürlich geil gewesen wäre, hätte Metallsound getroffen, weil da hätten wir jetzt schon zweimal Metallsound drauf. Schatz, einmal. Aber gut. So, bis wir gucken, was der Damage sagt. Ja, wir halten das noch aus. Ich würde jetzt trotzdem noch einmal Metallsound spielen. Jetzt müsste ich mal rechnen. Ist schon fünf Runden rum. Am besten merkt euch das, was, wenn Magieraum eingesetzt wird, wie viele Runden rum sind. Das war vielleicht ganz gut. Ob ihr sagt, okay, ihr schafft es, weil ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Boah, wird eng. Boah, wird richtig eng. Er greift zweimal an der Sack. Okay. Auf die Beine. Was ich ja meinte, wenn ihr merkt, ihr seid Richtung Lowlife, dann haut nochmal eine Heilung raus. Dann habt ihr auf jeden Fall gar kein Problem. So, zack. Ja, schön hochheilen. Jetzt müssten eigentlich fünf Runden rum sein. Ich glaube, fünf Runden müssten jetzt rechnerisch schon rum sein. So. Er greift wieder zweimal an, oder? Ja. Das Gute ist natürlich, dass ihr halt ab und zu Feuerattacken einsetzt. Ist bei euch nicht schlimm, weil die treffen euch ja nicht. Ihr seid ja im Endeffekt geschützt. So, das heißt, ihr geht weiter auf Lichtkanone. Und jetzt müsste rein theoretisch wieder unsere Muschelglocke uns heilen, oder? Ja, macht's. Also fünf Runden sind rum. Wir sind full live. Kampf ist gewonnen. Ja. Mal ganz ehrlich. Jetzt müsste ihr im Prinzip gritten, um uns wegzuhauen. Und also am besten zweimal gritten oder so. Vielleicht auch sogar einmal gritten würde nicht ausreichen. So. Und jetzt gehen wir hin. Ja, jetzt tut er halt hier ansammeln. Blablabla. Ja, aber es ist okay. Kannst du machen. Ich würde ja sogar jetzt sagen, haben wir so ein Foto-Finish mit einem Stahlstrahl. Ich kaufe immer ein Foto-Finish mit einem Stahlstrahl. Hier, zack. Und kloppt nochmal richtig rein. Boom. Down. Aber Lichtkanone hat auch gerecht. Also, es muss jetzt kein Stahlstrahl sein. Wäre auch so gegangen. Ihr seht, dieser Kampf war nicht schwer. Wirklich nicht schwer. Man muss nur diese fünf Runden im Endeffekt, wo Magieraum wirkt, sich vielleicht mitzählen. Eventuell eine Spielerheilung einsetzen. Weil es kann halt sein, dass ihr da ein bisschen low live geht. Gerade am Ende, wenn ihr immer zweimal angreift. Also, da musst du aufpassen. Loot sehen wir hier. Ist sehr durchwachsen aktuell irgendwie. Manchmal habe ich Runden, da habe ich nur Sonderbonbons. Dann habe ich jetzt wieder so eine L-Sternstück-Mischung. Aber es lohnt sich auf jeden Fall für EP und für Money. Also, das ist auf jeden Fall ein... Dafür ist der richtig gut. So. Wie spiele ich meinen Hydran? Weil ich noch abschließend, das wollt ihr wahrscheinlich auch noch wissen, dass ihr es euch genauso nachbauen könnt. Gucken wir uns an, wie ich es gebaut habe. So. Wir gehen hin. Hydran, natürlich. Terra-Typ Stahl. Muschelglocke als Item. Im Endeffekt habt ihr gesehen, Verhöhner kann... Also, braucht ihr nicht, habe ich nicht gespielt. Metallsound und Lichtkanone. Die beiden Moves sind die, die ihr braucht. Stahlstrahl war jetzt so ein bisschen zum Spaß, weil ihr bekommt halt Rückstoßschaden, wenn ihr Stahlstrahl einsetzt. Und das bringt euch halt nichts, wenn ihr halt sterbt, wenn ihr Terra-Kristallisiert seid. Deswegen, das war jetzt eher so ein Nice-to-have-Move zum Schluss. Aber brauchen wir überhaupt nicht. Also, Lichtkanone, Metallsound, die beiden Moves reichen aus. Und Feuerfänger muss es haben, weil damit seid ihr immun gegen Feuerattacken. Sonst bekommt ihr auf den Sack. Spielt ihr ihr mit Flammenkörper, würdet ihr vergessen. Weil dann seid ihr ja als Metall-Pokémon, habt ihr eine Feuerschwäche und geht halt drauf, wenn ihr Terra-Kristallisiert. Deswegen, ganz, ganz wichtig, Feuerfänger. EVs, DVs, KP und Spezialangriff, DVs, generell alle maximieren auch die Verteidigung und ein mäßiges Wesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.